Hm? Jetzt? Ja. Guck da. Ah ne, das ist ja alles mal abgefressen. Ja. Das war ja mein Handy. Das muss man sehen, ob man das reparieren kann. Das ist eine scheiß Aufkleber da einfach. Oh! Und? Hat Spaß gemacht? Ja. Gleich ist es ein bisschen schlässig. Oh, der Stuhl ist ja wirklich besser. Den habe ich wohl beim Herfahren und den Grundsatz immer schon festgegeben. Weil je schneller dann noch mehr schwachig ist. Und? Ja. 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 Das ist ein Nagelneu. Ja, da staunen ich immer mal Duba, was da mitfährt. Was für nützliches Karren war. Hast du es auch gewonnen? Ja. Wir sind schon nicht ausgefahren. Wir waren so... Der Herr, der allerletzten, die raus waren. Wir waren so ganz hinten im letzten Spallen waren nur da gerade. Deswegen wollte ich heute mal ganz vorne mitfahren. Jetzt noch so ganz hinten. Heute sag ich auch so, fahr ich mal ganz vorne. Der Herr, dass du dieses Jahr war doch hier, der kleine Klicks vorne von uns. Der Giesel mit seiner Spalle. Oder er hat sein Bänkel hinten drauf. Wenn du der letzte auch warst, dann musst du ja trotzdem... Nee, also nicht ganz hinten. Aber du weißt doch nicht. Der ist am Anfang einer der Ersten... Ja, ja, den haben wir doch im Überholen. Kann das sein? Ja, ja, ja. Aber wir haben doch gesagt, guck mal hier, der Herr mit dem Spallen, wir haben doch gleich gesagt, was darf man verholen. Wenn es uns ein bisschen hält. Ja, ja, ja.